So, willkommen zu diesem Video. Es soll einmal um diese Frage hier gehen, die ich bekommen habe und zwar, was sage ich zur Adventist Health Study 2, die ja angeblich eben gezeigt hat, dass die vegane Ernährung irgendwie super toll ist, dass man dort eben sieht, dass die Leute deutlich weniger krank sind und ist das jetzt eben der Beweis dafür, dass die vegane Ernährung super duper toll ist und dass jeder die machen sollte, weil dann alle gesund sind und weil das die beste Ernährung der Welt ist. Und das ist eben immer das Problem, dass die Leute sagen, das ist die beste Ernährung der Welt und nur damit kannst du eben gesund sein und das ist eben einfach Quatsch. Das heißt, die vegane Ernährung ist eben nicht die beste, die man überhaupt machen kann und sollte, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, die aufgezeigt hat, dass die Leute damit eben weniger Gesundheitsprobleme haben. Das gleiche Ziel kann ich aber auch interessanterweise mit anderen Methoden erreichen, wo ich nicht gleich eine vegane Ernährung machen muss, die mich natürlich dann auch extrem einschränkt, wo ich das Ganze durchhalten muss, mich vielleicht nicht so sättigt und befriedigt und mich dann natürlich auch entsprechend eventuell den ein oder anderen Nährstoffmangel kostet. Und deshalb ist das Ganze natürlich immer auch aus anderer Sicht zu betrachten und zwar ist es so bei diesen Korrelationsstudien, die man da draußen hat mit Veganern eigentlich immer oder sehr oft der Fall, ich sag mal 90, 95 Prozent, dass man eben immer eine Ernährungsweise, egal ob es jetzt auch Low Carb oder so ist, dass man immer eine Ernährungsweise in irgendeiner Hinsicht, also hier in diesem Fall eben die vegane Ernährungsweise, vergleicht mit einer westlichen Ernährung und die westliche Ernährung, die besteht eben zum großen Teil aus schlicht gesagt Scheiße, bedeutet die Leute essen Fastfood, die Leute trinken Cola, gezuckerte Sachen und 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 alles was ich dann anders mache, besser mache, wo ich ein bisschen mehr auf die Gesundheit achte, das ist schon um Längen besser, da hast du schon 60, 70 Prozent mindestens an Gesundheitsgewinn raus, wenn du die Sachen eben rauslässt, die die Leute dann eben bei einer westlichen Ernährung so falsch machen. Und das ist wie gesagt Fastfood, Cola trinken und irgendwelche ähnlichen Sachen, Schokolade ohne Ende in sich reinstopfen und 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 und. Warum das bei einer veganen Ernährung dann eben besser ist, warum die Veganer sich jetzt nicht unbedingt das ganze Zeug reinstopfen, ist ganz einfach der Punkt, dass es eben gar nicht so viele vegane Ersatzprodukte gibt, die man damit ersetzen könnte. Das heißt, wenn ich, natürlich mittlerweile schon, aber wir reden jetzt von Studien, die hier 10 Jahre alt sind oder sowas und die das aufzeigen, kommen wir gleich noch zu. Das heißt, wenn du damals dich vegan ernährt hast, konntest du nicht einfach zu McDonalds gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen Hamburger haben mit einem Tofu-Patty. Das gab es da eben noch überhaupt nicht. Das heißt, dir blieb nur die Alternative, das Fastfood eben sein zu lassen und dich einfach gesund zu ernähren, den Scheiß eben rauszulassen. Genauso wie es dann bei Süßigkeiten ist, wenn die mit Gelatine oder was auch immer dann eben verarbeitet sind, da gab es eben noch nicht die Katjes-Vegan oder ähnliche Dinge. Und das sind dann Sachen, wo die Leute da natürlich solche Dinge eben rauslassen. Genau das gleiche bei Milchschokolade. Milchschokolade schmeckt den meisten super toll, aber die hochprozentige Kakaoschokolade mit 70, 80 Prozent, wo dann eben keine Milch mehr drin ist, das schmeckt den Leuten scheiße und dann lassen sie das lieber raus und haben dann natürlich auch entsprechend die Vorteile, dass sie die Kalorien nicht mehr überschüssig haben, dass sie nicht mehr Zucker und Fett ohne Ende in sich reinballern, dass sie nicht mehr übergewichtig werden und einfach dadurch schon den gesundheitlichen Vorteil haben. Also alleine durch das Rauslassen der ganzen Sachen, die du bei einer veganen Ernährung faktisch nicht mehr essen kannst oder konntest damals, ist es so, dass du eigentlich schon gesund oder gesünder lebst und dementsprechend natürlich immer Vorteile gegenüber der omnivoren westlichen Fastfood Ernährung hattest. Was das Problem ist bei der ganzen Sache, niemand hat wirklich mal eben auch zu den Zeiten, heutzutage gibt es schon das eine oder andere, hat verglichen, was ist denn zum Beispiel mit Veganern, die eben gesundheitsbewusst leben oder gesunde Lebensmittel drin haben, auf ihre Kalorien achten und so weiter, was ist denn bei denen im Vergleich mit beispielsweise Carnivoren oder was auch immer, die sich eben entsprechend genauso ernähren. Das heißt, man hat diese Gruppen überhaupt nie miteinander verglichen, die Qualität der Lebensmittel hat man nie miteinander drin gehabt und verglichen. Aber mittlerweile gibt es eben solche Studien, die das Ganze eben auch aufzeigen, dass eine vegane Ernährung eben nichts besser ist, als irgendeine andere Diät, die ich dann eben entsprechend machen kann, die dann auch genauso gut die Blutfettwerte oder Blutdruck oder sonstige Dinge dann eben verbessern. Beispielsweise hier, das erste ist eine Studie, wo man das Ganze eben dann miteinander verglichen hat. Veganer Ernährung, das einer auch unterrestriktiert und einmal restriktiert, das bedeutet, bei dem einen hat man gesagt, hey, ihr Veganer dürft essen, so viele wollt. Wenn man sich das aber mal anguckt, am Ende, was dabei rauskommt, ist es eigentlich das Gleiche. Ob ich einem Veganer sage, du darfst nur 1500 Kalorien essen oder sage dem Veganer, du darfst so viel essen, wie du möchtest, er wird am Ende trotzdem irgendwie nur seine 1500 Kalorien reinbekommen. Das heißt, dass die Leute eben dann schon alleine die ganze Zeit in einem Defizit sind im Durchschnitt und dadurch natürlich gesundheitlich vorteilhafter dastehen als die westliche Ernährung, die überkalorisch ist. Und das hat man hier eben auch gesehen. Das heißt, auch bei einer normalen Diät, die eben die Kalorien leicht restriktiert hat, haben sich die ganzen Werte eben deutlich verbessert. Das heißt, Entzündungsparameter, das heißt, Blutdruck ist besser geworden, Blutfettwerte und, und, und. Also wir sehen, egal wie man es hier macht, ernährst du dich besser, machst du eine Diät oder was auch immer, deine Blutwerte verbessern sich. Entzündungsparameter oder sowas spielen überhaupt gar keine Rolle, kommt also auch nicht vom Fleisch. Das heißt, die Veganer standen hier nicht besser da, als Leute, die eventuell auch noch Fleisch gegessen haben oder tierische Produkte generell. Und das ist natürlich dann eine Sache, wo man sagen muss, okay, es kommt nicht darauf an, ob du Fleisch isst oder nicht. Es sind nicht die tierischen Proteine, es ist nicht das Hämeisen oder sonstigen Scheiß, den die Leute euch da draußen erzählen. Es ist einfach eine verdammte Kalorienrestriktion. Es ist eine verdammte gesunde Ernährung, wo die Leute einfach gesünder werden. Und dafür musst du keine vegane Ernährung machen, wo du dich kirre machst im Kopf, wo du irgendwann ballerballer wirst und dann so durch die Gegend rennst, wie eben Knicklicht oder andere. Das bedeutet einfach, dass du dich auf die grundsätzlichen Dinge eben einfach mal beschäftigen musst, die ganz einfach umsetzen kannst, ohne irgendwie was Extremes auch zu machen und damit eigentlich schon den größten Erfolg hast. Und das sieht man eben bei sehr, sehr vielen Leuten. Egal, ob sie jetzt eine Shake-Diät in irgendeiner Hinsicht machen, ob sie eine ganz normale Diätberatung bekommen, weil die ganzen Diätberater von der DGE und so weiter, die machen ja auch nur eine ganz normale westliche Ernährung, nur Kalorien reduziert, dann ersetzen sie das Weißbrot mit Vollkornbrot und den Leuten geht es schon lange besser. Das hat nichts damit zu tun, dass sie die tierischen Produkte rausgelassen haben. Und bei einer veganen Ernährung ist das auch nicht noch besser, weil entweder du hast gute Werte oder nicht. Du kannst nicht noch, noch bessere Werte haben, wenn du dann eine vegane Ernährung machst. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Hingegen ist es so, dass man sich eben auch, wie andere Studien das eben dann gezeigt haben, dass man sich eben auch beschissen vegan ernähren kann. Das heißt, du kannst dich natürlich von Fertigprodukten mittlerweile ernähren. Du kannst dich dann von Beyond Meat Burger oder so, schön mit Fett und Sonnenblumenöl und was weiß ich nicht noch, alles drauf auf deinen Burger, Ketchup und hier und da. Und dann wirst du auch fett. Und dann hast du zwar die tierischen Produkte rausgelassen, hast kein Hämmeisen mehr, hast den ganzen tierischen Eiweiß, was auch nur Aminosäuren sind. Ich weiß nicht, was tierisches Eiweiß dann ist, wenn das sowieso im Körper zu Aminosäuren aufgespalten wird. Aber das scheint dir anscheinend nichts zu bringen, wenn du dich trotzdem bescheuert ernährst. Und das ist eben eine Sache, die die Leute anscheinend nicht verstehen. Das heißt, du kannst auch vegan, kannst du zunehmen, du kannst auch Diabetes bekommen, du kannst auch übergewichtig werden und einen Herzinfarkt bekommen, wenn du eben diese grundsätzlichen Dinge nicht berücksichtigst und mittlerweile dich eben von diesen ganzen veganen Ersatzprodukten voll und fett frisst. Und deshalb ist das auch nicht der Weg, den Leuten da draußen zu sagen, du musst nur vegan werden und alles ist schon gut. Nein, das nämlich nicht, weil wenn die Leute jetzt vegan werden, fressen sie eben den ganzen Ersatzprodukten scheiß und werden trotzdem fett. Dann hat man den Leuten eben nicht geholfen, nur weil sie jetzt vegan werden, werden sie nicht automatisch gesund. Weil mittlerweile, wenn du mal ins Geschäft gehst, gibt es genug Ersatzprodukte. Ich kann Haribo eben auch dann in vegan kaufen oder was auch immer. Also das ist ja alles möglich. Ich kann dann Schokolade, Milchschokolade mittlerweile dann eben mit Mandelmilch kaufen oder sonstige Dinge. Das ist kein Problem, sich mittlerweile eben mit diesen Ersatzprodukten Fett zu fressen, weil die natürlich auch immer billiger werden und die vegane Industrie das natürlich auch gut erkannt hat. Die wissen, dass die Marge da deutlich höher ist. Ich kann mit so einem Veggie-Burger kann ich natürlich deutlich mehr Marge reinhauen als mit einem ganz normalen Fleischprodukt im Endeffekt. Mit Milch verdienst du nicht mehr viel Geld. Da werden die Bauern natürlich ausgebeutet und so weiter. Aber bei der Mandelmilch, da kannst du natürlich nochmal schön einen Euro draufschlagen. Das wird keiner merken, weil es ist ja gesund. Also es kommt auf die Qualität der Nahrungsmittel an, wie das Ganze eben zusammengesetzt ist. Nicht nur bei der veganen Ernährung, sondern natürlich auch bei der Omni-Wochen-Ernährung und, und, und. Genau so sieht es dann eben aus, wenn man sich das kardiovaskuläre Risiko eben anguckt. Das heißt, dass nur weil ich Pflanzen esse, das noch lange nicht bedeutet, oder mich nur pflanzlich ernähre, dass ich davon automatisch dann eben gegen Herzkrankheiten in irgendeiner Weise geschützt bin. Denn die Qualität zählt hier auch noch immer der Ernährung. Und das sind eben alles so neue Erkenntnisse, die man mittlerweile so 2019 dann eben auch findet, die man vielleicht auch berücksichtigen sollte, bevor man sich nur von 1970 dann irgendwelche veganen Studien anguckt. Das macht nämlich dann auch keinen Sinn, wenn man nur das heranzieht und nicht den Blick für das große gesamte Bild eben hat, wo die Leute dann eben wirklich krank werden, was die wirklichen Ursachen dafür sind. Und dementsprechend, ja, habe ich ja schon einige Videos drüber gemacht. Ihr könnt auch das Video zum Level-System, was ich ja schon tausendmal angesprochen habe, da stehen die Grundsätze eigentlich drauf, die ihr berücksichtigen sollt. Und wenn ihr dann schon nur den ersten Schritt macht, dann seid ihr eigentlich schon auf der halbwegs sicheren Seite, dass ihr zumindest nicht noch kränker werdet und wahrscheinlich deutlich gesünder werdet. Also ich wage zu behaupten, dass wenn man eine einfache Regel aufstellen würde und sagt, geh in den Einkaufsladen und kauf nur Produkte, wo mindestens oder wo maximal zwei Zutaten hinten draufstehen, dass dann wahrscheinlich schon 95% der Leute gesundheitlich deutlich besser dastehen würden. Ist jetzt mal einfach so in den Raum geworfen, ja, ja, jetzt kommen die Leute an, ja, aber Zucker und hier und da. Ist natürlich logisch, dass man sowas dann nicht kauft. Also ein bisschen Menschenverstand, muss man den Leuten dann auch schon mitgeben. Aber die Leute müssen das eben wissen, die Leute müssen das lernen und dann die Leute dazu zu zwingen mit irgendwelchen Lügen, dass man nur mit einer veganen Ernährung das erreichen kann und Bulletproof ist. Und hier und da ist am Ende einfach nicht zielführend, wenn man die Leute eben gesünder machen möchte, denen dann direkt 20.000 andere Regeln noch aufzuzwängen, die sie dann sowieso nicht durchhalten. Weil in diesen Studien sieht man nämlich ganz deutlich, dass die Leute mit einer veganen Ernährung dann eben auch überhaupt nicht so zufrieden sind, wie vielleicht mit einer traditionellen Diät. Und dementsprechend muss man da individuell auch hingucken. Was kann ich mit der Person eigentlich machen? Kann ich ihr das überhaupt zumuten? Wenn das eine Mutter ist mit fünf Kindern oder so, dann ist eine vegane Ernährung einfach keine Option. Ganz einfach. Weil da jedem Kind dann täglich seine Supplemente auch zu geben, die es unbedingt benötigt, dann die ganzen Bluttests auch noch zu machen, die ich dann benötige, wenn ich dann drei Mädchen habe, dann immer wieder zum Arzt zu rennen und hier Eisenwert checken zu lassen bei einer veganen Ernährung und, und, und. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb funktioniert die vegane Ernährung auch nicht für eine breite Bevölkerung. Wenn man sich damit individuell auseinandersetzt und das Ganze umsetzen möchte, kann man das gerne machen. Aber dann stelle ich mich nicht hin und sage, das ist die einzige Ernährung, die man eben für alle möglichen Menschen dann eben machen kann. Weil das funktioniert eben praktisch nicht. Dann sind die Theoretiker nämlich in der Praxis nie unterwegs gewesen, haben noch nie Hartz-IV-TV geguckt und haben sich die Leute mal angeguckt, wenn die ihren Kindern dann irgendwie Kinderriegel geben, weil ist ja die gute Milch drin. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze da draußen läuft. Das war's zu diesem Thema. Also, eine vegane Ernährung ist definitiv kein Vorteil gegenüber anderen Ernährungsweisen in irgendeiner Hinsicht, weder gesundheitlich noch zum Abnehmen oder sonst was, sondern es ist nur eine Möglichkeit, die aber für einen Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich deutlich in der Realität schlecht umzusetzen ist. Das war's und bis zum nächsten Video.